Jo Leute, was geht ab? Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video, in dem wir heute über die 5 Sturmgewehre sprechen, die in COD Warzone die stärkste Time to Kill haben. Hier wird es wirklich nur um die Time to Kill gehen, also wie lange die Waffe braucht, um einen Gegner zu töten. Vielleicht für diejenigen, die noch nicht ganz so lange dabei sind, noch ein kleiner Hinweis. Ich belege das Ganze hier mit Hilfe der Website True Game Data, die sich im Detail mit den einzelnen Waffen, Waffenwerten und dem kompletten Konzept der einzelnen Aufsätze auseinandersetzt. Deswegen werden die gezeigten Zahlen von dort bezogen. Wie es also schon im Titel steht, beschäftigen wir uns nur mit den Sturmgewehren, die anhand der Basiswerte miteinander verglichen werden. Das natürlich unter gleichen Bedingungen, nämlich 250 Leben, also eine volle Lebensanzeige und den drei üblichen Platten. Übrigens, die Basiswerte sind Angaben ohne Aufsätze auf den jeweiligen Waffen. Rüstest du also irgendeine Waffe beispielsweise mit dem längsten Lauf aus, verschieben sich die einzelnen Werte. Um es also für alle übersichtlich zu halten, nutzen wir hier die Waffenwerte ohne Aufsätze. Ich habe in der Vergangenheit gemerkt, dass vor allem die Videos bei euch gut angekommen sind, bei denen ich meistens Auflistungen von bestimmten Waffen anhand unterschiedlicher Kriterien gemacht habe. Wie zum Beispiel die besten Scharfschützengewehre, Sturmgewehre oder generell die besten Klassen. Habt ihr weitere Ideen? Schreibt sie einfach in die Kommentare, mich würde es wirklich interessieren. Und bist du generell neu auf diesem Kanal, würde ich mich sehr über dein Abo freuen und vor allen Dingen auch über ein Like. Genug davon, starten wir jetzt mit den Waffen durch. Den fünften Platz belegt eine Waffe, die vielen von euch ein Begriff sein wird. Und dabei handelt es sich um die Wham7. Für mich eine der Waffen, die ich ab und zu benutze, aber definitiv nicht zu meinem Standard-Loadout gehört. Viele beschweren sich ja über den sehr hohen Rückstoß, der recht schwer zu kontrollieren ist und es dabei sehr schwer macht, Gegner auf weitere Distanzen zu treffen. Meiner Meinung ist, dass man sich relativ fix an den Rückstoß gewöhnen kann, trotzdem aber irgendwie einen kleinen Fable dafür haben muss, Waffen mit etwas höheren Rückstoß spielen zu können. Mir persönlich gefällt es besser, wenn die Waffe weniger Rückstoß hat und dafür zum Beispiel etwas weniger Schaden. Manche sind dort anderer Meinung, was auch völlig in Ordnung ist und entsprechend deswegen belegt die Wham7 den Platz Nummer 5. In unserer Statistik sehen wir, dass im Nahkampf, also wenn der Gegner direkt vor dir steht, die Wham7 insgesamt 0,561 Sekunden braucht, um den Gegner zu töten. Wie schon eben gesagt, und das bei 250 Platten. Der Drop-Off-Punkt der Schadenswerte liegt bei ungefähr 28 plus Metern, also hittest du Gegner, die weiter weg sind als 28 Meter, brauchst du 0,7 Sekunden, um ihn zu killen. Weiter geht's mit dem Platz Nummer 4. Dabei handelt es sich um eine Battle-Pass-Waffe, die meiner Meinung nach viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Nämlich die Groza. Ich kann mich eigentlich an keine DLC-Waffe erinnern, die so wenig Aufmerksamkeit bekommen hat, wie die Groza. Doch eventuell vielleicht die AN-94, aber sonst standen gefühlt alle Waffen immer mehr im Mittelpunkt, als die beiden, die ich euch gerade genannt hatte. Bei der Groza liegt's aber nicht daran, dass sie so schlecht ist, sondern eher, dass momentan die Meta mit der DMR-14, den Akimbo-Pistolen und der Mac-10 kein Platz für irgendeine andere Waffe gelassen wird. Man wird quasi gezwungen, die DMR, die Akimbo-Pistolen und die Mac-10 zu spielen, weil wenn man das nicht tut, hat man einfach keine Chance gegen die anderen. Und weil man ja irgendwie mithalten möchte, kommen die Waffen eben zum Einsatz. Wir fügen in unserer Statistik die Groza ein und es wird deutlich, welche Time-to-Kill besser ist, die der Wham oder die der Groza. Die Groza braucht auf den ersten 31 Metern 0,477 Sekunden, um den Gegner mit vollen Platten zu töten. Deutlich schneller, mit einem späteren Drop-Off-Punkt, als bei der Wham7. Den dritten Platz belegt die Waffe, die ich in der letzten Season am meisten mit der Kilo zusammengespielt habe. Also nicht direkt mit der Kilo zusammengespielt, sondern entweder die Kilo oder die Waffe, um die es jetzt geht, nämlich die Amex. Auch die Amex ist eine weitere Battle-Pass-Waffe, die man ungefähr um Season 4, 5 herum freispielen konnte. Die hohe Time-to-Kill war damals schon sehr vielen Leuten bekannt und gerade zum Ende des Jahres wurde die Waffe immer häufiger gespielt. Wahrscheinlich lag es auch daran, dass zu der Zeit nicht sehr viel neuer Warzone-Content gekommen ist und viele Leute einfach nur die Kilo schon satt hatten. Zur Kilo ist die Amex auf jeden Fall eine gute Alternative, wobei man sagen muss, dass die Time-to-Kill der Amex deutlich besser ist als die der Kilo. Entsprechend hat die Amex aber mehr Rückstoß. Eingeordnet in unserer Tabelle sieht die Time-to-Kill der Amex folgendermaßen aus. Der Strich ist relativ undeutlich zu erkennen, das liegt hauptsächlich daran, dass die Großer und die Amex eine sehr ähnliche Time-to-Kill haben. Wenn man ganz genau hinschaut, sieht man, dass minimal die Time-to-Kill der Amex besser ist. Das ist nicht der einzige Punkt, warum die Amex vor der Großer gelandet ist. Dann schaut man sich die weiteren Distanzen an, ist der Drop-Off-Punkt der Großer zwar später, also du machst über eine größere Distanz mehr Schaden, aber dafür ist der Schaden auf weite Distanzen der Amex viel besser. Nur in dem Meter-Bereich von 24 bis 31 performt die Großer besser als die Amex. Bei allem, was danach kommt, ist die Amex stärker. Dabei handelt es sich genau um diesen Bereich hier. Leute, es wird spannend, wir kommen zu den letzten beiden Waffen mit den stärksten Time-to-Kill, die es überhaupt in Warzone gibt. Und damit belegt Platz Nummer 2 die neue Black Ops-Waffe FFAR. Manche nennen sie auch Farmers, also je nachdem, wie ich sie gleich nenne, wundert euch nicht. Mit der Farmers meine ich definitiv auch die FFAR und nicht diese schlechte Burst-Waffe, die wir aus Modern Warfare kennen. Unsere unterste Linie ist also jetzt die FFAR, die bis auf 36 Meter einen Gegner in 0,467 Sekunden tötet. Das ist nicht nur die stärkste Time-to-Kill, die wir bis jetzt haben, sondern auch der Drop-Off-Punkt, der am meisten herausgezögert ist, beziehungsweise am meisten nach hinten verlegt wurde. Nämlich wird der Schaden erst ab 36 Meter, also ab 36,1 Meter, um genau zu sein, schlechter. Und zwar werden dann aus den 0,467 Sekunden Time-to-Kill 0,6. Eine super starke Waffe, die man zwischenzeitlich sogar schon mal öfter in Warzone gesehen hat, meistens dann in Kombination mit einer Sniper. Zur FFAR habe ich separat noch ein eigenes Video gemacht, also wenn du dazu ein paar genauere Werte haben möchtest, klick gerne hier oben einfach mal aufs E oder schau in der Videobeschreibung nach. Falls ich es wie beim letzten Video vergesse, hier das I zu verlinken, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich trage es dann schnellstmöglich nach. Wir sind beim ersten Platz angekommen und überraschenderweise handelt es sich dabei nicht um die DMR-14 oder eine andere Black Ops-Waffe. Die DMR-14 kann es sowieso nicht sein, weil wir ja hier nur von Sturmgewehren sprechen und nicht von Taktikgewehren, aber auch sonst hat es kein weiteres Black Ops Cold War Sturmgewehr in dieser Auflistung geschafft. Es handelt sich, überraschenderweise, um die AS-Wall. Im Hintergrund sehen wir hier schon die Time-to-Kill-Linie, die unter allen anderen liegt und mit einer Zeit von 0,407 Sekunden einen Gegner im Nahkampf tötet. Das Ganze hin bis zu 32 Meter und ab 32,1 Meter fällt der Schaden dann auf 0,542. Also auch auf der Distanz ist der Schaden noch besser als bei der WAM, der Groza und der Amex. Nur die FFAR schneidet in dem ganz bestimmten Distanzbereich besser ab. Selbstverständlich dominiert also der Platz 1 auf der kompletten Länge von 32 Metern. Jetzt werden sich wohl einige die Frage stellen, warum die Waffe so wenig gespielt wird. Klar, wenn man so eine gute Time-to-Kill hat, muss die Waffe auch irgendwelche Nachteile haben. Und die sind in diesem Fall das kleine Magazin, was sich auch nicht irgendwie auf 50 oder 60 Schuss erweitern lässt, und dann noch die langsame Kugelgeschwindigkeit, die dafür sorgt, dass man das Gefühl hat, dass die Kugeln nicht wirklich ankommen, beziehungsweise auf größeren Distanzen immer etwas vor den Gegner zählen muss, damit die Kugeln auch da landen, wo sie wirklich ankommen sollen. Um das volle Potenzial der Time-to-Kill herauszuholen, muss man dann schon sehr, sehr gut im Kontrollieren der Waffe sein, um wirklich noch die Shots da zu landen, wo sie hingehören. Gerade das Video erinnert mich selber nochmal dran, wie stark die As-Wall eigentlich ist, weil ich sie teilweise selber auch schon gespielt hatte und sie mir dadurch aktiv nochmal ins Bewusstsein gerufen wurde. Ich werde die As-Wall auf jeden Fall wieder mal ausprobieren, eventuell gibt es ja im nächsten Video etwas As-Wall-Gameplay, ansonsten hoffe ich, dass das Video für euch nützlich war und ihr die ein oder andere Inspiration für eure nächste Waffe mitgenommen habt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, lasst mir gerne das Abo da, gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn das Ganze euch hier gefallen hat, und sonst sehen wir uns im nächsten Video wieder. ел Kussik Ja. 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 Vielen Dank.